Willkommen zurück zu Splatoon 3, Salmon Run. Ja, irgendwas war mit dem Aufnahmeprogramm. Das ist ein bisschen zurückgegangen, warum auch immer. Jetzt gehts wieder. Ja, jetzt ist es wieder aktuell. Okay, dann gehen wir mal rein. Hopp, hopp, hopp. Ah, wir haben wieder so eine. Das ist sehr cool. Die mag ich immer. Sind eigentlich immer recht angenehm. Hallo. Ja, ihr müsst schon nach hinten. Dann muss halt einer ganz nach oben. Komm ich da rauf? Komm ich von da hoch? Nee, geht nicht. Ja, dann nach da drüben. Dann einfach da rauf, hopp. Ich hoffe, ihr versteht das. Dann den nächsten da rauf. Bring mal her noch ein paar. Jo. Doppel habe ich wieder. Okay, dann fahren wir mal hoch. Jetzt müssen wir nur noch zwei reinbringen. Haben wir erledigt. Dann haben wir da noch einen. Ja, haben wir geschafft. Der ist doch sehr gut. Jetzt sind wir fertig. Welle eins haben wir geschafft. Cool. Weiter geht's. Sehr gut. Welle zwei. Kontrablaster. Der ist auch immer sehr gut. Vor allem, weil der so schnell ist. Ja, und vielleicht einen Schaden macht er auch. Das ist so bissl der Nahkampf hier in dieser Rotation. Denke ich mir halt. Ähm, dann, let's go. Wohin? Da rein, würde ich sagen. Wir gucken mal, wie der Kontrablaster sich spielt. Hopp. Hopp. Äh, nein. Nimm mich doch mit. Naja. Aber jetzt geht's. Hopp. Weiter geht's. Nach unten. Hier hin. Aber bis jetzt nicht so viele Gegner. Das ist recht angenehm. Hopp. Und der hat mich einfach runter geschubst. Warum auch immer. Hallo. Wo seid ihr denn? Oben, oder wie? Danke. Sehr gut. Ähm, darf ich kurz da rüber? Bisschen was brauchen wir noch? Paar Gegner. Wären noch nicht schlecht. Hunden, bitte. Hopp. Ja, ich kann da gerade nicht. Ich werd da gerade von einem. Der war gut. Äh, hallo? Ja, das sind ein paar viele Gegner. Warte mal. Ja, das ist ein bisschen viel. Äh, drei Stück noch. Hallo. 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 Bitte. Bitte schauen rein. Bitte. Ja. Wir haben's. Frag mich nicht wie. Frag mich nicht wie. Aber so. Kommt man auch durch. Es waren ein bisschen viele Gegner. Dann am Ende. Bitte. Vor allem auch viele Bossgegnern wegen Xelmen. Naja. Jetzt ist... Oh Gott. Die schon wieder. Die nervigste von allen. Wie ich finde. Warte. Komm, komm her. Komm her. Hopp. Ja. Warte. Komm her. Ja, komm her. Wo ist er? weiter sehr gut weg von mir bitte gleich weiter nehme ich mir mal mit sehr gut wir können da eigentlich sehr gut die bescheuere einbringen müssen jetzt das ganze nur mehr über die zeit bringen klappt also sehr gut würde ich sagen ich würde noch kein einziges mal fokussiert von dem das ist auch sehr gut gut jetzt wieder teamkollege sehr gut konnte ich eigentlich sehr gut abwehren sehr gut ausweichen mehr oder weniger da haben wir die drei wellen geschafft sehr gut jetzt geht es dann in die zweite schicht für die folge kann so weitergehen die mir die letzte folge nicht ganz so gut lief aber jetzt das ist schon recht gut auch wenn die zweite ein bisschen schwierig war aber immerhin kriegen wir jetzt unsere 20 punkte 30 von 99 stufe erhöht katalog stufe dann geht es ab in die nächste schicht bis gleich dual platsche sind von der reichweite her sehr gut ja auch länger nicht mehr gesprich jetzt hier sind wir halt wieder in der schicht sind auch ganz nett ja komm mal her da rein da so wie machen wir das so ja gleich geht es sehr gut ich bin kurz mal da her legen oh oh äh warte mal komm jetzt ja nach unten und wieder nach oben dann rein da rein da und der ist wieder weg ja die kriege ich leider nicht die Kugelkugel habe ich das müssen wir uns auch merken können wir einsetzen aber noch nicht jetzt hopp 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 ähm wollt ihr keine hallo ja in irgendeine Richtung müssen wir da jetzt tun hallo team ja ich sag das ja nicht zum spaß ich hätte da noch die restlichen sechs aber ihr wollt ja nicht habe ich da noch einen haben ihr wollt nicht oh ok ja ihr wolltet nicht da ist keiner zu mir gekommen und hat die restlichen Eier geholt da ist jetzt ein bisschen schade wenn einer sagt zu mir dann hat das auch einen Sinn deswegen gibt es ja die Funktion dass man zu mir sagen kann und auch erledigt dass die wissen wo sich der Spieler befindet dem man dann helfen kann schade da ist heute keiner mehr gekommen der die Fischerei abgeholt hat hoffe ihr euch trotzdem gefallen machts gut bis zum nächsten Mal guten Morgen guten Winter guten Abend euer Rotschlumpf tschüss 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 tschüss